Die Beldra ist wieder fit. Los geht's. Wir brauchen mindestens ein Feuerodem. Bitte lass es keinen Volltreffer sein. Boah, lebt noch. Schweine. Lass das jetzt ein Volltreffer sein. Nein, aber es ist so gut wie tot. Und es ist... Ja, es ist paralysiert. Oh, wenn ich jetzt ganz viel Glück hab. Feuerodem. Boah, geschafft. Ja. Jawohl. Hey, Bereich Level 46. Ja. Wow, letzten der Top 4 besiegt. Ich hab's ein bisschen durchgelegt. Die gehört wahre Ehre. Du hast als Trainer der Pokémon so weit bekommen, dass du weißt, was verlangt wird. Wie ein Trainer braucht, ist ein ehrliches Herz. Pokémon berührt der Gute im Herzen des Trainers und lädt zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren zu guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh weiter, der Champ erwartet dich. Okay, aber bevor ich jetzt zum Champ gehe, mach ich kurz Aufnahme, Stopp, Aufnahme wieder statt, damit er auch wirklich alles aufnimmt. Weil danach kommen ja auch die Credits. Okay, bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Ich habe meine Pokémon geheilt. Ich hab mich auch schon mal richtig aufgestellt. Wollte hin, sie soll vorne sein. Und ich stehe vor der Tür. Und wir gehen zum Champion. Und wer ist der Champion? Wir sehen nach. Wer ist der Champion? Es ist Troy, mein Gott. Willkommen, Sarok. Ich habe schon auf dich gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und, was hast du alles auf deinen Reisen mit den Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Was wurde in dir geweckt? Ich will, dass du all das im Kampf gegen mich einsetzt. Nun, zeig es mir. Ja. Coole Musik. Okay, Herausforderung von Champ Troy. Panzer Aeron, genau. Das wusste ich nämlich noch. Dass er einem Panzer Aeron nochmal hat. Donnerblitz-Attacke. Da müsste das eigentlich gut sein gegen ihn. Gucken wir mal. Jawoll. Okay. Stolos. Ja, wir wollen tauschen. Äh, Logok. Und er setzt Stolos ein. Und... Feuerschlag. Bäm. Das Gesicht, Junge. Mein Gott. Das zieht gut ab. Und Erdbeben. Boah. Mein Gott, ey. Hau ich dir auch ein Erdbeben ins Gesicht? Jawoll. Und ein Meter groß. Nein. Möchte ich nicht tauschen. Perfektes Timing. So, und jetzt kriegst du ein Feuerfeger ins Gesicht. Durch Notbahn ist die Feuerattacke noch hoch. Du bist schwach dagegen und besiegt. Obwohl es eigentlich das stärkste Pokémon ist von ihm. Obwohl, Metagross ist eigentlich so auch ein starkes Pokémon. Okay, 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 okay. Ähm. Na, ein Feuerfeger. Komm. Yay. Antique Kraft. Das überlebt er nicht. Ne, schade. Okay, ähm. Was ist er? Ich glaub, Gestein und noch irgendwas. Käfer könnte sein, so wie der aussieht. Äh. Surferattacke. Top Genesung. Wie viel hat der von dem Zeug? Obwohl, das ist ja die erste, ne? Ja, ich bin jetzt noch bei einem anderen Kampf dran. Mein Jot. Obwohl, mein Gott. Boah, es ist kaputt. Okay, ich glaub, mit dem Gestein lag ich ganz richtig. Lepumentas. Okay, okay, okay. Lepumentas. Surfen. Und ein Volltreffer, jawohl. Und Lepumentas besiegt. Kein Gegner. Hey. So. Du, 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 du. Das war's schon fast. Versuchen wir nochmal einen Surfer. Das ist nämlich noch ein Fossil-Pokémon. Oh, das ist ganz gut. Ui. Äh. Antique Kraft. Das ist gemein. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Surfing. Ach, komm. Lebe, lebe, lebe. Bitte lebe, lebe, lebe. Er lebt. Komm, hau dem noch einen Surfer ins Gesicht erstmal. Direkt noch einen hinterher. Ja, komm, zieh mir ein KP. Uh, hab ich Angst. Okay, das war's ja schon fast mit dem Vieh. Was setz ich ein? Was setz ich ein? Libelldra. Wie viel hat der? Ich will mich doch verarschen. Los, Feueroldermann, dann sei direkt paralysiert am besten. Uh, Knirscher. Gibt das was? Nein, kein Konfu-Strahl. Ich hasse keinen Fußstrahl. Ja, es wurde verwirrt. Es ist verwirrt, ja. Sei verwirrt. Und Knirscher, sehr gut. Äh, Gigasauber, nicht gut. Äh, Knirscher. Ja, es hat sich vor verwirrend selbst verletzt. Du mich auch. Komm. Ja, Knirscher. Ja, es passiert das, was ich noch haben will. Die Spezialverteidigung von ihm sinkt. Komm schon. Nein, böses Libelldra. Ja, jetzt bist du nicht mehr verwirrt, wo du fast tot bist, blödes Vieh. Jawohl. Gutes Vieh. Und die Spezialverteidigung hat er gesenkt. Sehr geil. Antikraft. Das war's jetzt aber, glaube ich. Nein. Oh, es ist kaputt. Sag mal, wie viel hat der? Ey, das ist doch nicht mehr witzig. Der hat seine Niederlage einzugestehen. Ja, Matschbombe. Ist jetzt nicht mehr schwer, das Vieh zu besiegen. Gardevant. Mach ihn da aus. Psychokinese. Los geht's. Jawohl. Und das war's mit dem Champion. Und... Ich, der Champ, habe verloren. Dir gebührt aller Ehre, Zarok. Das war für ein edler Pokémon-Trainer. Jo, und 11.600 gewonnen. Also, das war's mit dem Übel. Und das war's mit ihm. Du bist ja auch mit dem